Tim die Hübsen Blumen das war das perfekte startet hast genau das bei der Fall dass wir jetzt an der Anfahrt von folge welche folge ist es keine Ahnung um macht immer die begrüßung weiter Ähm, hallo, das ist eine Dusse und ähm, ja, wir spielen wieder Barrow, I guess. Okay, dann, äh, lass mal loslegen. 3, 2, 1, uh, Schutzzeit. Ich kann jetzt eigentlich auch zurückgehen, weil wir sind beide voll... So, und wie ich von Klimms Aufnahmen gelernt habe, kann man in der Schutzzeit Blöcke abbauen. Ja, du kannst dich bewegen. Nein, ich stehe zu weit weg. Nein, du kannst dich bewegen und hast immer noch Schutzzeit. Oh, wow. Das ist ja, das ist ja, ähm, das ist ja, ähm, weißt du? Genau. Genau. Wollen wir direkt an die Oberfläche gehen oder soll ich noch meine Diaspitzhacke komplett ausschöpfen? Musst du eigentlich nicht. Ne, muss ich wirklich nicht. da bist du mal die die gold welche gold du packen ist noch da rein okay haben wir schon wie heißt es ich weiß nicht ob wir wie heißt das haben haben wir schon dings nein wir haben noch kein keine kein zuckerrohr genau deshalb wollen wir ja zur oberfläche ich kann ja schon mal einfach aufbauen während du hier unten bist also einfach um aber nach oben bauen weiß man so eine treppe ich brauche mal schon mal verfackeln in die offhand geht natürlich nicht das was gebogen also zufällig noch drei springen wir haben ganz müssen auch der platte ist dann denn ok danke du bist ja wahrscheinlich auch hier ist eine hülle ist wahrscheinlich eine hülle in der wir schon drin waren aber ich habe meine ich muss mal meine meine er ist halt wieder ganz hoch schrauben ich hätte ich auch ins pp ja aber ich wäre ich danke jetzt musste ich nicht das pp-exempel genau eröffnen soll ich so gehen mit abbauen ja wir nehmen die mit wir können die ja oben auch gebrauchen wenn wir essen finden und so brauchen wir auch ist mein spiel auf breit weil irgendwie kommt mir das warum ist mein spiel auf moody was soll das deshalb kommt es mir auch so vor dass ich mit aha schon viel besser jetzt kann ich auch was sehen fragen mich warum ich habe das nicht eingestellt doch ich habe das eingestellt ist deine schuld du hast gestern gesagt dass das machen soll ok da habe ich nicht verbaut aber man hört schon für die tüten wir gleich natürlich herzlich willkommen an der oberfläche und was können wir aus dem tod von dem einen spieler lernen keinen falltunnel bauen oder halt nicht das wasser bild ist das zum kontext dieser tod von wie heißt er noch mal ja sein name beginnt mit z auf jeden fall ich kann den ja einblenden später der ist heute gestorben und wir sind jetzt drauf also ja genau einfach nur zum kontext weil ihr werdet dieses video ja später sehen das ist das springt hier sind halt echt viele schweine deswegen ja hier sind viele kühe da ist auch ein hase um hase ja doch die droppen auch essen kann es sein dass hasen in der 1.8 öfter spawner ist in der 1.16 das könnte sein aber war eines was ich auf jeden fall weiß diesen größer die waren neu in der 1.8 also könnte es auch daran liegen aber dadurch dass sie größer sind sind sie auch deutlich leichter zu töten habe ich eigentlich deren essen gekommen bekommen mein inventar ist ein bisschen voll ne der hat aber auch tatsächlich kein essen gedroppt ok wo bist du ich bin immer noch nicht an den punkt angekommen 1274 ne ich kann auch zu dir kommen äh lauf richtung norden ich richtung süden 1200 minus 74 du bist nicht hier 1200 ich war gerade dort ich bin ich bin ich bin ja hallo ja dann folge ich dir einfach ok ich wollte jetzt nur ein paar mir gefühlt und ihren bett holen das ist es war schon zwei nach der rtts was ist das ist das ist schon 2016 halt wäre es vielleicht mal dass mir so richtung norden gehen dass wir auch an der z-achse weiter vom sporen sind oder wollen wir zum sporen her wollen wir zum netter portal ähm also an sich könnten wir das ja machen aber dass ich glaube die meisten tränke sie sollten vielleicht erst mal zuckerrohr finden ja als besser hier können wir etwa holzfarm und äpfel bekommen richtig ja ja ich hab noch eine stein axt ich auch das sind noch die die ich gemacht habe und derzeit in derzeit können wir auch die dings backen essen nein die 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 essen ja genau essen ja ja Musik 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 Achso, mein Internet geht nicht. Ja gut, ähm, ja, das war's dann also. Denk ich mal.